Was macht Dichtungen, Schläuche, Antriebstechnik? Pejet Schulz macht Dichtungen, Schläuche, Antriebstechnik. Wir sind ein großer Ausbildungsbetrieb geworden. Wir haben eine eigene Fertigungslinie, eine Produktion. Wir können schnell liefern, wir können spezielle Aufträge berechnen, haben eine hohe Beratungskompetenz. Das zeichnet uns auch von der Konkurrenz und von der Marktwirtschaft ab. Dass wir unsere Azubis vom ersten Tag an als gleichberechtigt mitnehmen. Wir legen ganz großen Wert auf spezifische Ausbildung. Ich biete noch Ausbildungsforen an mit Kommunikationstraining, Schulungen. Wir möchten die Azubis auch nachher behalten, weil wir eine sehr spezielle Nische sind. Fokus ist dazu, Spaß zu haben, miteinander im Team zu arbeiten und immer gut in der Mischung zu sein. Erstmalig dieses Jahr hier in der Fertigung als Maschinen- und Anlagenführer. Dann habe ich Industriekaufleute und Groß- und Außenhandelskaufleute. Nächstes Jahr träume ich noch im Lager auszubilden, vielleicht noch in der Buchhaltung. Als ich hierher kam, war P.J. Schulz quasi in einer Generation lebend. Dann habe ich gesagt, okay, dann können wir alle miteinander in die Rente gehen und es passiert danach nichts. Wir müssen mal ein bisschen mischen. Und deshalb, ich bilde sehr gerne aus, schon lange sind wir mittlerweile ein ganz toller Ausbildungsbetrieb geworden. Ja, wir sollten Lust an der Ausbildung haben, Lust zum Arbeiten, technisches Interesse muss bestehen, weltoffen, ein bisschen verrückt, keine Ja-Sager und einfach Lust an der Ausbildung. Wir bieten Praktika an, Draeneys, verschiedene Arten, mal reinzugucken, auch wenn sich privat jemand bewirbt und sagt, was ist denn das hier, dann mach mal eine Woche ein Praktikum, mal schauen, in welchem Bereich das da interessieren würde. Da bieten wir sehr viel an, sind flexibel da in allen Richtungen.